Let's race and run. Leute, ich mach mal weiter. Ich will ja auch noch Flo einholen. Also fangen wir an mit Flucht. Kapitel 1. Relativ einfach. Bei den ersten Teil geht es wirklich schwer. Die Strecke. Von hier. Komm, komm, komm. Jawoll, beim ersten Teil. Ich hab vorhin noch mal ein bisschen trainiert. Ja, super. Die kann man so gut sein. Drake meint es gäbe Stress am West-Arland. Bei Pope's House. Ich schätze, du bist dahin unterwegs. Aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. Naja, aber... Ich bin ja nicht so schnell dran. Irgendwann wird sehr viel Wintercell aufgenommen. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Irgendwann ist jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Ah, passt schon. Wenn der Rest noch... Wenn der Rest noch... Wenn der Rest glatt läuft... Das ist mir die Bestzeit angezeigt. Oh, so großartig. Ja. Ja. Ja, angezeigt meine Bestzeit. Und dann wird er so einmal gestorben. Das war gerade beim Training. Lustig, nicht? So. Okay, Katzi. Die machen wir weg. Und es geht sofort weiter. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Dann geht es schneller, dann geht es schneller. Das Worteam rückt vor, er fällt. Such einen Weg daraus. Komm, ran, ran, ran. Ja. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Ja, okay. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Hier hoch. Rollen. Und... Zick. Okay, diesmal ist ja geklappt. Das muss immer noch sein. Das ist mein Kett. Oh, oh, oh. Oh. Die Treppe. Nein. Und dann geht es mal. Nein, klar. Ja, dass was endet sie direkt. Ungertrieben. Hilfe! Na gut. Ich muss nicht mehr aufsehen. Es bekleidet mich einfach. Das ist nicht ernst, mein Mensch. Ja, oder? Komm, 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 komm. Ja. Geh rein, such dir Deckung. Okay. Nein. Ach egal, komm, zieh dich hoch. Denn... Okay, das sind so eine Menge Zeit gekostet. Alles, 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 alles. Alles in der Zeit gekostet. Naja, ich glaub, ich mach... Trotzdem... Boah. Ich glaub, ich sag mal, wir lieben. Aber ehrlich gesagt, das ist ja... ...ein Festschreis. Ja, wenn ich verliere. Ich mein, ich will zwar gewinnen. So, dass... ...zwei, zwei, drei, drei... Ist ja gut, hört auf zu schießen. Ich hab aber nichts getan. Ich will den Renngewicht. Ich will jetzt gewinnen, aber es ist nicht schlimm. Ich verliere. Aus meiner Sicht. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Du hast hier in einem besten Nestle stoppt. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Zandida für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, der Anwalt und Zandida für das Bürgermeisteramt, der Anwalt und Zandida für den Renngewicht. Ich hab ihr Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich weiß gar nicht, um welche Zeit Fluch. Die war eindeutig besser als meine bisher. Renn, 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 renn. Oh, du hast hier auch. Sie versuchen sich einzukrechen. Schlag sie zur Plaza durch. Okay. Ich hab sie da aber nicht. Sie versuchen sie den Weg abzuschleiden. Schlüpp durch, hey, schneid. Schlüpp? Schlüpp? Oh, oh, oh. Eben. Du musst sie zur Plaza durchschlagen. Es zieht deinen Weg durch die Tunnel da vorne. Ich will gerne, dass wir nur das Leben machen können. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Egal was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Auf der Plaza haben sich das einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Krieg kommt auf die andere Seite und holt dich raus. Wie? Das ist Krieg. Ja, das ist der Plaza. Jetzt kommt die zwei ... ... Dumm Bull. Ja, das ist die erste Niveau. Tausend, da draußen ist die. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Oh! Na, auf die UN-Fiel. Wir kommen. Oh! Mit dir. Wie? Ja. Komm, wir kommen. Gut. Das ist doch ne gute Zeit. aber es könnte gar nicht noch besser sein, oder? Komplett, holen wir dich hier raus. Bestzeit überbrochen. Yeah, die Zeit nehme ich auf jeden Fall, Leute. Boah, alter. Gut. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Flo hatte. Ich hoffe, dass er weniger hatte. Bist du okay? Ich meine, mehr. Also länger gebraucht hat. Ihr wisst schon. Ich will nicht gewinnen. Ich will gewinnen. Du hast dich gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Kopfschmerzen sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester. Wir regeln das. Wir regeln das. Yay. Neue Zeit. 5, 28, 37. Juhu. So, Rennbinden. Ihr seht nochmal den schönen Ladebildschirm. Flucht. Wie ihr seht, Jackknife. Habe ich noch nicht gemacht. Das ist kacke. Ich habe die sowieso. Speedrun habe ich noch nie gemacht. Eigentlich. Nur Prolog. Flucht. Und Jackknife schon nicht mehr. Okay, Jackknife habe ich gerade kurz Training gemacht. Mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich warte, bis Flo sein Teil oben hat. Ja, also. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Angels Jon. героi ist hasольt hat. Hör. Limited.